Der Kampf gegen Rechts, das ist das große Thema von SPD und Grünen. Im Kampf gegen die AfD will sich Rot-Grün von niemandem überbieten lassen. Aber wie sieht es eigentlich im politischen Tagesgeschäft aus? Aktuell zeigen gerade zwei Frauen, beide im Wahlkampfmodus, wie sie sich das mit dem Kampf gegen die AfD vorstellen. Die eine heißt Katharina Schulze und kämpft für die Grünen als Spitzenkandidatin in Bayern. Die andere heißt Nancy Faeser und will für ihre Partei die SPD-Regierungschefin werden in Hessen. Schulze hat jetzt ein neues Wort erfunden. Klimazweifler. Die Klimazweifler der Grünen-Frau muss man sich vorstellen als das Allervorletzte. Die Stufe kurz vor der Verdammnis, nämlich dem Klimaleugner. Der Klimazweifler von Katharina Schulze hat auch einen Namen. Es ist, Achtung, Hubert Aiwanger. Was ist passiert? Aiwanger, der Chef der Freien Wähler ist und dem es gerade nach überstandener Flugblatt-Affäre prächtig geht, hat an einem Tabu gerüttelt. Einem Klimatabu. Bayern hat beschlossen, was man dort immer beschließt, nämlich Deutschlands Nummer eins zu sein. Auch beim Klimaschutz. Im Bayerischen Klimaschutzgesetz steht, man wolle schon fünf Jahre früher als der Rest der Republik CO2-neutral sein. Also 2040. Und nun kommt Aiwanger. Wir setzen uns eben dieses Ziel. Ob wir es erreichen, wissen wir nicht. Uh. Aber Aiwanger hat Gründe für sein, wissen wir nicht. Und das ist der Wohlstand. Und die Macht. Aiwangers Macht. Aiwanger im O-Ton auf der Wahlarena des Bayerischen Rundfunks. Wenn wir sehen, die Leute wählen einen ab und wandern ins Ausland mit der Industrie, dann müssen wir wieder zurück. Gemeint ist, zurück bei den Klimaschutz-Zielen. Aber macht das etwa Aiwanger zum Klimazweifler, wie Schulze sagt? Die Grüne framet ihren Gegner. Sie will ihn in die Sphäre des Schmuddeligen, des Gestrigen schieben. Ein Rühr mich nicht an. Sie bestätigt damit eine Großerzählung der AfD. Nämlich, dass man nicht mehr ungestraft erzählen kann, was vernünftig ist. Wem das wohl hilft? Kaum besser fängt es Nancy Faeser an in Hessen. Ihre Hessen-SPD wollte Ausländer aus dem europäischen Ausland schon nach sechs Monaten Aufenthalt in Deutschland wählen lassen. Nach einem Entrüstungssturm hat die SPD das kassiert. Jetzt heißt es sechs Jahre. Nur ein Ausländerwahlrecht ist verfassungswidrig. Weiß das Verfassungsministerin Faeser etwa nicht? Dann wird ihr Plan ruchbar, auch Familienmitglieder ohne Anspruch auf Asyl nach Deutschland nachholen zu können. Wieder dasselbe Muster. Erst Entrüstung, dann abwiegeln. Faeser heute im Bundestag? Ich habe nicht vor, den Familiennachzug vorzulegen. Es gibt ihn also diesen Plan. Nur bleibt er erstmal in der Schublade. Wieder Vorlage nach der Wahl? Faeser verspricht, die irreguläre Migration zu verringern. Und blockiert in Brüssel doch eine entsprechende Verordnung. Die in Hessen wahlkämpfende Bundesinnenministerin liefert der AfD in dieser Woche eine Vorlage nach der anderen. Wenn man die AfD so bekämpfen will, wie dies Schulze in Bayern und Faeser in Hessen machen, kann man die Sache vergessen. Sie machen die AfD nicht schwach. Sie machen sie vielmehr stärker. Ob das der Plan ist?